Hi, mein Name ist der Flo. Ich habe euch heute ein Vorarztier mitgebracht. Ich bin ein Mittelfeldspieler bei den Rheinischen Hockeyherren und freue mich heute, euch meinen Trick zu zeigen. Wichtig dabei ist, dass wir unseren Gegenspieler natürlich austricksen wollen. Erst auf die eine Seite bringen und dann auf der anderen Seite schnell vorbeilaufen. Das heißt, anführen, kurze Bewegung nach rechts, links raus und antritt. Das Ganze jetzt nochmal mit Tempo. Bis zum nächsten Mal.